Rudolf das kleine Rentier kam der Weihnachtsmann und sagte Hey, kommst du mit uns mit? Mein Pferdeschnitzen braucht noch Licht Rudolf das kleine Rentier bringt Geschenke in der Nacht er gehört jetzt zum Team vom Weihnachtsmann wer hätte das je gedacht? Musik Doch dann am Weihnachtsabend kam der Weihnachtsmann und sagte Hey, kommst du mit uns mit? Zieh den Schlitten für mich mit Rudolf das kleine Rentier bringt Geschenke in der Nacht er gehört jetzt zum Team vom Weihnachtsmann wer hätte das je gedacht? Rudolf das kleine Rentier hat eine strahlende rote Nass kannst einfach nicht mehr wegschauen wenn du ihn einmal gesehen hast du siehst ihn schon aus der Ferne erkennst ihn schon an seinem Gesicht Rudolf das kleine Rentier hat aus Nase ein rotes Licht Doch dann am Weihnachtsabend kam der Weihnachtsmann und sagte Hey, kommst du mit uns mit? Mein Pferdeschnitzen braucht noch Licht Rudolf das kleine Rentier bringt Geschenke in der Nacht er gehört jetzt zum Team vom Weihnachtsmann wer hätte das je gedacht? Musik 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 Vielen Dank.